Laut Berlin-Institut haben 13 Prozent der volljährigen Geflüchteten, die zwischen 2013 und 2016 nach Deutschland kamen, nie eine Schule besucht. Zwölf waren nur auf einer Grundschule. Bei der Berufsausbildung haben mehr als drei Viertel keine berufliche Ausbildung jemals in ihrem Heimatland absolviert. Brauchen wir eine solche Zuwanderung, meine Damen und Herren? Was bedeutet das nämlich für den deutschen Steuerzahler? Ja, 2018 hat allein der Bund, allein der Bund, der dann ein wenig zuschießt den Ländern und Kommunen, die sagen, das, was ihr da vom Bund zuschießt, deckt ein Viertel, ein Fünftel der Kosten, die wir tatsächlich vor Ort anfallen haben. Allein der Bund 23 Milliarden für die Asyl- und Flüchtlingspolitik ausgegeben, zwei Milliarden mehr als im Vorjahr, so viel wie nie zuvor. Fast jeder zweite Arbeitslose hat ausländische Wurzeln, bei den Aufstockern sind es 57 Prozent. Die Gruppe der leistungsberechtigten Migranten hat sich seit 2016 auf 600.000 mehr als verdoppelt. Die Zahl der arbeitslosen Deutschen ging von 2010 bis 2018 um 43 Prozent zurück. Die Zahl der ausländischen Arbeitslosen stieg im gleichen Zeitraum um 33 Prozent auf über eine halbe Million an. Das heißt, die Leute, die nie hätten hier sein dürfen, die dürfen wir dann noch bis an deren Lebensende am Leben erhalten. Soll das so weitergehen? Ist das die Art und Weise der Migrationspolitik, die wir in Deutschland gebrauchen können? Ich denke, nein. Aber was tut die Regierung? Was tut Rot-Rot-Grün? Solche Mehrheiten werden ja jetzt gesucht. Ja, in Berlin haben wir so schon. Dort gibt es die sogenannten Papierlosen. Das sind nicht etwa Altpapiersammler, sondern das sind Identitätsverweigerer, Identitätsbetrüger, Passwegwerfer. 50.000 Stück Illegale. Für die gibt es jetzt, die will man in ihrer Illegalität nicht aufstören, den anonymen Krankenschein. Vereinbart im Koalitionsvertrag. Dadurch wird die Illegalität noch schmackhafter gemacht. Eine Einladung zum Sozialmissbrauch. Wir sind ja bei Rot-Rot-Grün. Dafür werden anderthalb Millionen Steuergelder bereitgestellt. Umwelt, Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte sind verpflichtet, den anonymen Krankenschein zu akzeptieren. Nicht nur bei Notfällen, sondern auch bei jeder allgemeinen und zahnmedizinischen Behandlung. Die Rechnung wird geschickt an den Berliner Senat. Das ist ja alles in Ordnung. Woher hat er denn sein Geld? Ja, meine Damen und Herren, es muss heißen, die Rechnung wird geschickt an den Bürger. Wir alle zahlen diesen Wahnsinn und damit muss Schluss sein. Wir dürfen nicht auch noch Illegalität nicht nur dulden, sie unterstützen, nein, sie auch noch institutionalisieren. Eine Verwaltung, die das tut, gehört abgewählt. Applaus Applaus Applaus